Servus miteinander, also ich zeige euch heute, wie man einen Äquizaum bei einer Kuh richtig ausnutzt. Wir fangen jetzt beim Genickriemen an. Eine Kuh hat hier ein Jochbein. Wir schauen, dass es unter dem Jochbein zwei Finger, unter dem Jochbein quasi, einmal über die Ohren, bis auf die andere Seite, da ist hier der Jochpunkt, unter zwei Finger haben wir 1,5, 1,4, so ungefähr. Es gibt ganz normale Genickriemen oder eben die Neckpatches. Die haben oben eine kleine Aussparung und deshalb verteilt sich der Druck seitlich entlang und ist nicht direkt ein, auf den genickten Punkt, der Druckpunkt. Bei den Neckpatches oder generell ist sehr wichtig, oder bei der Kuh, dass ihr von der einen Seite, unterhalb vom Ohr, bis auf die andere Seite, Hugo, lassen Sie bleiben, bitte. Danke. Unterhalb vom Ohr, weil sonst das Genickpolster viel zu kurz ist und würde dann quasi mitten in die Ohren. Boah, was für Drucken. Dann müsst ihr schauen, dass er einfach ein bisschen länger ist und gibt es einfach zwei Zentimeter dazu, dass ja, kein Druck in die Ohren entstehen könnte. Jetzt sind wir beim Nasenriemen. Wir schauen, zwei Finger unterm Jochbein, setzen wir an, laufen einmal über die andere Nase, hier ist das andere Jochbein, zwei Finger drunter und gehen einmal rüber und kommen dann jetzt sozusagen auf 62. Gut, jetzt ziehe ich hier schnell das meiste an. Am einfachsten ist bei einer Kuh einfach oben zu öffnen, weil eine Kuh einfach riesen Ohren hat und du das nicht einfach drüber schlüpfen kannst wie beim Pferd. Genau, das zeige ich euch einmal beim Genickstück. Das ist einfach zwei Zentimeter oder drei Zentimeter länger, dass es ja nicht eindrücken kann. Das Ganaschenriemen läuft direkt vom Auge über die andere Seite zum, okay, fast, zum anderen Auge. Genauso wie hier, zwei Finger unterm Jochbein, genauso wie seitlich. Genau, und das war's. Tschüssi!